Es ist sehr wichtig, dass die Mädchen über ihren Körper Bescheid wissen, bevor sie ihre Tage bekommen, weil sie sonst ihre Tage, die Blutung gar nicht verstehen können. Dann geht es ihnen so wie Menschen, die beispielsweise in ein Theater gehen und eine Show und dann sehen sie einen roten Vorhang. Und irgendwann geht dann der Vorhang auf und dann sehen sie nur eine schwarze, leere Bühne und sonst nichts. Und das ist das Problem, was Mädchen haben, wenn man sie nur über ihre Tage aufklärt, dass sie zur Frau werden, dass sie Kinder bekommen können, dass sie da Binden und Tampons brauchen. Das ist nur der Vorhang. Es ist wichtig, da zu wissen, was im Körper der Frau sich eigentlich abspielt und das ist, wir nennen es die Zyklusshow und da ist gar nichts schwarz und leer. Und wenn Mädchen und Frauen verstehen, was in ihrem Körper vorgeht, dann ist es für sie ganz klar, dass am Anfang und am Ende der Vorhang auf und zu geht. Das sind die Tage. Das ist wichtig, da zu wissen, was in ihrem Körper vorgeht. Untertitelung des ZDF, 2020